Ein beeindruckendes erstes Halbjahr 2019 bei der Deutschen Telekom. Die Überschrift, wir sind bereit, mutig Wettbewerb anzugehen und gleichzeitig uns zu verändern. Ich möchte das an drei Beispielen konkret machen. Erstens anorganisches Wachstum. In Holland und in Österreich bieten wir dank der Akquisition konvergente Produkte an. In Amerika ist unser Deal kurz vor der Genehmigung. Transformation. Wir strukturieren unsere Shops neu, wir organisieren unser Telekommunikationsgeschäft neu, wir verbessern unsere Kostenpositionen und im Wettbewerb stärker zu sein. Und drittens Kundenwachstum überall in Amerika und in Europa im Festnetz und im Mobilfunk und gleichzeitig dadurch mehr Infrastruktur und Investitionen in die Infrastruktur. Das Ergebnis spricht für sich. 7,4 Prozent Wachstum im Umsatz, 7,5 Prozent Wachstum im Ergebnis, 14 Prozent mehr investiert und gleichzeitig den Cashflow um 9 Prozent gesteigert. Unter dem Stritt steht ein Wachstum im Ergebnis von 24 Prozent. Danke.